Ein großes Unheil kommt auf uns zu. Unser ganzes Gehege ist zerstört. Wir stecken gemeinsam im Dreck, also müssen wir auch gemeinsam wieder raus. Wohin wollen wir eigentlich? Wir müssen weiterziehen, bis wir zu den Hügeln kommen. Je weiter wir ziehen, umso schlimmer wird es. Was soll nur werden? Mein Volk ist in großer Gefahr. Herr General, was machen wir? Ich gebe dir mein Leben, damit Sie gerettet werden. Schmetterling, hast du die anderen gesehen? Wohin sind sie? Du kannst die anderen finden, wenn du Mut hast. Du kannst du nicht mehr über eine andere Huskvare questo und höher losbild organized. ...und du kannst dich wie compactuto ostent trend formulas про Sto-Sointe. Vielen Dank.